Aber Köln bringt die Scheibe aus der Gefahrenzone. Und jetzt gibt's richtig Randhalle. Wolf gegen Mo Müller. Und dann Sebastian Uwira, der das gar nicht gut fand. Was der Wolf da getan hat, das kann ich verstehen. Sebastian Uwira will nicht mehr. Schlicht und ergreifend auch wegen des Helms. Den Wolf da aufhast. Und dann geht's gleich zwischen Johnson. Und bei dem anderen Kölner den nächsten Disput. Hier sehen wir noch mal, wie das Ganze entstanden ist. Wolf dann gegen Uwira. Eins. Aua. Und da dürfte es dann auch eine etwas größere Strafe geben, wenn die Schiedsrichter das gesehen haben. Denn dieser Storzschlag von David Wolf, der ist dann nicht akzeptabel. Dass er Frust hat, das kann man nachvollziehen. Aber so zu agieren gegen Mo Müller, das darf er nicht. 89.